In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit den einfachen Funktionen Berechnungen durchführen kannst. Dazu verwenden wir die Beispiele aus unserem Buch, Seite 14445. In der ersten Aufgabenstellung sollst du die beste Note aus dieser Zahlenreihe ermitteln. Die beste Note bildet den kleinsten Wert der Zahlenreihe. Deswegen wählen wir hier unter Autosumme im Menü Min aus, markieren den Zahlenbereich von B2 bis B9, haben jetzt die Funktion Min erhalten und bestätigen unsere Auswahl mit Enter. Die schlechteste Note ist genau das Gegenteil von Min. Hierzu wählen wir die Funktion Max aus, markieren ebenfalls den Bereich von B2 bis B9, erhalten dann die Funktion Max mit der Zahlenreihe B2 bis B9 und bestätigen unsere Eingabe mit Enter. In der Tabelle Notendurchschnitt wollen wir als erstes den Notendurchschnitt der gleichen Zahlenreihe berechnen. Man nennt das in der Tabellenkalkulation Mittelwert, wählen dazu diese Funktion Mittelwert aus, markieren wieder unsere Zahlenreihe und bestätigen unsere Eingabe mit Enter. Diesen Notendurchschnitt wollen wir jetzt noch runden. Die Funktion runden finden wir jetzt hier nicht, aber du kannst sie auch ganz einfach über die Tastatur eingeben mit is gleich runden, Klammer auf. Dann wählst du D3 als Zahl aus, setzt einen Strichpunkt und gibst die Anzahl der Stellen ein, auf die du runden möchtest. In unserem Beispiel wären das 2. Du schließt die Klammer und bestätigst auch diese Eingabe mit Enter. In der dritten Tabelle Schüler wollen wir jetzt mit der Funktion Anzahl die Anzahl der Schüler ermitteln, die an der Schulaufgabe teilgenommen haben. Anzahl findest du auch unter Anzahl Zahl, markierst wieder den gleichen Bereich von B2 bis B9 und bestätigst diese Eingabe. Für Schüler insgesamt gibt es eine weitere Möglichkeit mit einer Anzahl 2 zu arbeiten. Hier werden wir dann alle markierten Felder angezeigt. Diese gibst du am einfachsten auch wieder über die Tastatur ein. Groß- und Kleinschreibung spielt dabei keine Rolle. Du markierst den Bereich, schließt die Klammer und bestätigst deine Eingabe mit Enter. Jetzt erhalten wir 8 als Ausgabe für die vollkommene Klassenanzahl. Um die abwesenden Schüler zu ermitteln, arbeiten wir mit einer einfachen Formel, in der wir von den Gesamtschülern die anwesenden Schülern abziehen und somit die fehlenden, also abwesenden Schüler ausgegeben werden. gegangt oder oder